Liebe Studierende, willkommen zur dritten Videoübung des Semesters zum Thema Induktion, Gesetz und Lorenzkraft. Der Stab in der Abbildung hat die Masse M und den Widerstand R. Der Widerstand der waagerecht angeordneten reibungsfreien Schienen sei vernachlässigbar gering und der Abstand zwischen den Schienen ist L. An die Punkte A und B des Stromkreises ist eine Batterie mit der Spannung U und einem vernachlässigbaren Innenwiderstand so angeschlossen, dass der Strom im Stab von oben nach unten fließt. Diese Anordnung befindet sich in einer konstanten magnetischen Flussdichte B, senkrecht und ins Blatt hineingerichtet. Zum Zeitpunkt T wird der zuvor ruhende Stab losgelassen. Zuerst wird gefragt, ob und was für eine Kraft auf dem Stab wirkt. Eine Lorenzkraft, nämlich eine Kraft magnetischer Natur, vektoriell geschrieben F gleich Strom I mal L Vektorprodukt B, entsteht tatsächlich auf dem Stab, sobald der Strom I in der metallischen Schleife fließt. Nach der Geometrie der Aufgabe und mit der rechten Handregel sieht man sofort, dass diese Lorenzkraft längs der x-Achse gerichtet ist. Das heißt, wir betrachten als Bezugssystem diese horizontale x-Achse von links nach rechts. Wenn sich der Stab in x-Richtung bewegt, gilt gemäss dem Newton'schen Axiom für die auf ihn wirkenden Kräfte folgendes. Die Summe aller Kräfte, die eben längs dieser x-Achse wirksam sind, muss gleich sein der Trägeiskraft, Masse des Stabs mal Beschleunigung längs dieser x-Achse. Dabei ist die magnetische Kraft, nämlich die Lorenzkraft, gleich der beschleunigenden Kraft. Das heißt, sie ist die einzige wirkende Kraft in dieser Anordnung. Und nach Lorenz lässt sich schreiben, dass diese magnetische Kraft ist gleich I mal L mal B. Und dies muss gleich sein, Masse mal Beschleunigung, nämlich Masse mal zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit. Wir können hier oder von jetzt an auf die vektorielle Schreiweise verzichten. Die Anwendung der rechten Handregel ergibt, dass sich der Stab nach dem Loslassen nach rechts bewegt. Es bleibt jetzt, den Strom I zu bestimmen. Via der Bestimmung von I werden wir dann die Abhängigkeit zur Geschwindigkeit einbetten können in dieser Form. Der Strom I selber rührt von zwei aneinander entgegenwirkenden Ursachen her. Der Batteriespannung U und der durch die Bewegung des Stab im Magnetfeld induzierten Spannung. Die mit der Batterie geschlossene metallische Schleife definiert eine Fläche, die sich ändert, wenn sich der Stab nach rechts bewegt. Diese Bewegung führt zu einer Vergrößerung des magnetischen Flusses. Tatsächlich, die Variation des magnetischen Flusses in einem Zeitintervall Delta T ist so definiert. Nennen wir dies Delta Phi, das wäre dann L mal V mal Delta T mal B. Wobei V mal Delta T die Verschiebung längs der x-Achse im Zeitintervall Delta T bedeutet und L mal V mal Delta T die dazugehörende Variation der Fläche ist. So die Variation des Flusses kommt zustande, weil B ist doch konstant, aber die Fläche in einem Zeitintervall verändert sich. Somit die induzierte Spannung ist definiert als Minus zeitliche Ableitung des magnetischen Flusses. Das heißt, diese Variation geteilt durch Delta T, also Minus L mal V mal B. Man soll betonen, dass die induzierte Spannung die entgegengesetzte Polarität als die Spannung U der Batterie besitzt. Dies führt zu einem induzierten Feld, das gegen dem äußeren Feld B orientiert ist, was schlussendlich die Lenz'sche Regel erfüllt. Nur so kann man die Vergrößerung des Flusses entgegenwirken. Für die Stromstärke gilt dabei nach dem Ohmschen Gesetz I gleich effektive Spannung, nämlich Batteriespannung plus induzierte Spannung, das heißt U und dann Minus L mal V mal B, geteilt durch R. Die effektive wirkende Spannung im Schallkreis ist eben U minus L mal V mal B. Wir erhalten schließlich für die magnetische Kraft als Funktion der Geschwindigkeit des Stabs und der Parameter der Aufgaben folgende Formel. Dies ist gleich B mal L durch R, alles multipliziert mal U minus B mal L mal V. Und das antwortet bereits die erste Frage A. Man kann sich jetzt fragen, ob der Stab schliesslich eine Endgeschwindigkeit erreicht. Wir setzen die Bewegungsrichtung des Stabs als positive x-Richtung an. Sobald die resultierende Kraft auf dem Stab gleich Null ist, wird sich der Stab mit der zu dem Zeitpunkt erreichten Geschwindigkeit, das heißt N-Geschwindigkeit, weiter bewegen. Das ist der Fall, wenn dann die Beschleunigung Null ist. Die Anwendung des Newton'schen Gesetzes ergibt dann diese Formel, wie wir bereits in der Teilaufgabe A gesehen haben. Und wenn die Geschwindigkeit zunimmt, streben die beiden Größen, nämlich das da hier, und die Beschleunigung selber nach Null. Der Stab erreicht eine Endgeschwindigkeit, nennen wir dies VE, wenn eben die Beschleunigung gleich Null ist. Dann gilt aus dieser Formel hier, dass B mal L durch Masse mal Widerstand mal U minus B mal L mal V gleich Null sein muss. Wenn wir jetzt nach V lösen, finden wir tatsächlich eine Darstellung für die gesuchte Endgeschwindigkeit, gleich dann U als Batteriespannung, geteucht durch L mal B. Da die einzige wirkende Kraft die Lorentz-Kraft ist, wie bereits oben erwähnt wurde, lässt sich auch sofort eruieren, dass sie Null ist, wenn auch effektiv kein Strom mehr durch diese metallische Schleife fließt. Setzt man jetzt I, so dargestellt, gleich Null, erreicht man wieder diese Formel für die Endgeschwindigkeit. Und diese letzte Überlegung antwortet bereits die Frage C. Für diese Frage C kann man auch mit den in den Teilaufgaben A und B aufgestellten Gleichungen für die Stromstärke einerseits und für die Endgeschwindigkeit andererseits verifizieren, dass am Ende die vorliegende Stromstärke mit dieser Endgeschwindigkeit auch Null sein muss. Tatsächlich ersetzen wir in dieser Formel die Geschwindigkeit V mit der Endgeschwindigkeit, finden wir U minus L mal B mal U durch L mal B, alles geteilt durch R, und das ist tatsächlich gleich Null, was es zu erwarten war. Diese Aufgabe hat in aller Deutlichkeit die Bedeutung des Induktiongesetzes dargestellt und hat auch eine interessante Kombination von magnetischen, elektrischen sowie mechanischen Überlegungen angeboten. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.